hallo und herzlich willkommen zurück mit luki und mir von madgas hallo auch luki hat sich immer noch nicht rasiert ja nie beim messer ist nicht scharf genug dafür oben wie unten und beim letzten mal wollten wir ein haus bauen machen wir einfach mal weiter doch mensch was machst du so schön jetzt endlich unser domizil weiter ich überlege gerade ich überlege gerade ja 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 sowieso ja unsere farm sieht ja noch genauso schlecht aus wie beim letzten mal wir können schon aber und ich kann die schon ein bisschen erweitern aber ist ja nicht drin ich kann dir sagen warum die noch genauso schlecht aussieht wie beim letzten mal na ja weil du sie gebaut hast ein brüller merkst du das publikum lacht sich gerade war kein brüller das war die wahrheit so da du ja baust denke ich mir mal einer muss ja ein bisschen in farm gehen hat sich das holz wieder rein zu holen was du verschießen tust naja ich muss mir selber erstmal das holz abklöckeln hier werde ich mal den part übernehmen von der schwarzeiche haben wir nichts mehr dann spür mal den farmer da brauchst du schwarzeiche jetzt ja ich buddeln aber gerade selber norm so buddeln ein bisschen blöcke können wir neue brauchen glaube ich wär mal ja nicht so schlecht so die bäumchen haben sich ja noch nicht getraut zu wachsen und da diesmal muss nur den mund aufmachen und schon zack passiert ja ok war ich hätte jetzt gerne drei stecks voll schwarzeiche ohne sich weiter abbauen muss bei mir klappt es nicht wir sind ja hier nicht bei wünscht ihr wart dachte was du gerade gemacht ja ich bin ja auch gottes linker sniper holen wie ich das denn jetzt und einer die licht ausgemacht hier schon wieder komisch hier alles ich baue was ab und naja im dunklen ist gut munke hat hier eine leicht erhöhte reaktionszeit das ganze mal wieder naja was solls wir haben bestimmt gleich von irgendwo angegriffen hier oder könnte ich mir gut vorstellen ja ich habe extra meine rüstung aussetzung damit man meinen schönen prachtkörper sie auch und jetzt muss dunkel werden obwohl warte mal kapsel besterweise bei du ja ich nicht das ist blöd ja wie weit wollen wir bauen also in die höhe meine etagen zwei etagen drei etagen vier etagen ach ich würde sagen zwei reichen locker aus jetzt komme ich hier wieder nicht hoch oder willst du wieder mit sauna und so da wird schon so ein geilen whirlpool vielleicht gucken und fkk strand haben wir ja direkt hier vorm haus das ist ja etwas für dich so zweite etage ja einfach mal eine runde schweigen ja nö wieso sagt er was ich rede doch mit dir ja ja mit dir selber alter gleich zwei alter das schöne ist ich gucke von oben zu ja das schöne ist ich habe keine rüstung an und bin hier halb am verrecken machen wir die tür zu du pass auf du hast da noch ein fenster ne Aua hat er auch direkt durchgeschossen die Sau ich fühlte es gut ich gucke von oben zu wie die wen dich da stechen ich muss ein bisschen warten bis meine herzen wieder aufgefüllt sind die warten schon vor der tür die haben schon angekloppt ja oh Samurai hat zugeschlagen super mit seinem Käsemesser wo bist du denn ich sehe dich gar nicht oben am Haus schau vorbei verzogen hat er sich verzieht dich das braucht weiter ist ja vorbei die Klopperei die Klopperei ist ja vorbei ja irgendwas wollte ich sagen Zombie ich gehe erstmal Monster gehen hier macht es macht es das Schlimme ist die sehen fast alle aus wie du echt ja irgendwie ist mir das auch schon hässlich ist mir auch schon aufgefüllt so mal gucken wir hatten ja letztens das Thema Anwälte und so mal gucken vielleicht mal äh wie heißt er wie heißen die Macher von von Minecraft sind die auch hässlich oder wie ne aber wenn die da mein aber mein Skin sozusagen verwenden ist natürlich nicht so so guck ich mal ob hier oben irgendwas gespawnt ist nein ah da ist ein Zombie du blöder Hund Zombie rennt bestimmt mit Rüstung rum kann ich sagen aber Dudel den Gleck au den Gleck überhaupt nicht das bist du du Gleckst ja ja irgendwie ich weiß auch nicht irgendwas stimmt hier heute nicht ist mir auch schon aufgefallen gerade ganz komisch einfach mal den Porn rausschalten den du gerade am Downloaden bist nein der geht nicht den brauche ich doch ohne den kann ich mich dir nicht vorstellen so Zombies gekillt hacken wir weiter Holz ja mach das bring mal ein bisschen Schwarzeiche mit schon wieder alle du kannst dich aber ohne entscheiden jetzt jetzt bin ich extra zur Eiche gegeben na nun mach einfach mal ein bisschen brauchen wir noch ja ja soll ich auch noch einen Kuchen backen gehen für dich kannst du auch aber nicht aus Kartoffeln bitte so wie beim letzten Mal schmeckt ein bisschen komisch wie hast du letztens auch gesagt hat hier super lecker geschmeckt kann ich ja nicht ja naja hat ganz toll geschmeckt ja ja mal lecker sollst du lügen ja manchmal manchmal aber nur manchmal weiter singen dürfen wir wahrscheinlich wieder nicht was dürfen wir nicht singen ja besonders nicht du du brauchst ja nicht zu lachen ob du dich so viel besser anhörst natürlich bist du in der Katze schon mal auf den Schwanz gelatscht ja ja der weiß so wie du singst nee na aber 100% ich klinge viel schöner jetzt habe ich doch glatt vergessen hier die Dinger hier noch anzubauen so ist das schick so mal ein Stück da drauf naja äh Zaun so können wir uns dann schon Brot machen jetzt hier oder was dauert ja so lange mit dir immer geht denn Fressen auch zur Neige ich habe noch drei Schweinesteaks oder Schweine noch zwei waren aber in der Kiste waren das Schweinefleisch mal gucken ja sechs rohe und 14 gebratene naja denn ich nehme mir mal gleich mal sieben da raus und die sechs rohen packe ich direkt mal in die Öfen haben wir hier noch Schwarz Eiche in die Leider nicht Mensch wie lange dauert sind die da mit dir bis es fertig ist dann mach hin dann mach es fertig so kann ja wohl nicht angehen so wenn wir hier noch die Setzlinge mal ein damit wir auch gleich neue pflanzen können total du bist ja mal verjessen na du bist ja für die Blumen zuständig du bist ja die Frau in unserer Beziehung nicht wahr leider kamst du sehr abgehackt an ich sagte du bist ja die Frau in unserer Beziehung ha 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 eine dämliche Gequatsch ich höre nur das Alter ich hab dir dazu sagen am besten gar nichts also ich stell mir gerade vor ich habe so ein Schaf vor mir stehen ich stell mir gerade vor dass immer wenn du was sagst dass sich beim Schaf die Lippen bewegen das passt pass auf dass sich aber nur die Lippen bewegen und nicht noch paar andere iiih das ist ein männliches Schaf ja hast du gesehen hast runter geguckt was hast am Bauch gestreichelt und gemerkt was das ist hat das Schaf seinen Knüppel rausgeholt ich bin hin ich wusste ich sofort Bescheid ich wusste ich sofort Bescheid ich kann mir fragen bist du Freund oder Feind aaaah Freund aaaah ein Freund wo war unser Haus jetzt hin ach da weggebeamt hab ich gedacht bei den zwei Schwuletten bleib ich nicht oh siehst du was mir einfällt du hast dich heute nur gar nicht entschuldigt naja wäre jetzt gerade Zeit ich bin gerade über ein Beet gelaufen und bin ausversehen gesprungen tut mir leid oooh warum glaub ich dir nicht dass es dir leid tut boah kannst du so oder so sehen noch das sieht das mal so jetzt werden wir versuchen hier einfach mal drei Bäume das war so im 2x2 war die Schwarzäsche pflanzen 2x2 1 ja 2x2 wo setzen wir die jetzt hin hier du hast ja wieder alles vollgemüllt hier mit deinen Eichen du hast du anscheinend vollgemüll klatscht gleich aber kein Beifall war klatscht klatscht mir auf den Po ok ähm so mal gucken jetzt rennt der schon wieder mit dem Viehzeug rum jetzt klinge nicht los irgendwie haben wir zu wenig Platz hier wow guter Schnitt in der Wand tja mensch pflanze ich hier nochmal welche hin oh schauen wir mal ob die was wären ich weiß auch nicht also irgendwas mit meinem Rechner hier heute ein ach ist die Axt kaputt oh das ist blöd so da sind ja noch mehr da sind ja noch mehr mal jetzt hier erstmal rin so sortiert wird später hier wieder eine automatische Sortieranlage bauen nee lieber nicht wie gesagt ich ich finde es ja eigentlich gar nicht schlecht die so w